servus christians herzlich willkommen in ftp ultimate reloaded mit mir dem wolle schön dass du dabei bist und so schaust wie es hier zu ende geht ja genau ich habe beschlossen ich habe keine lust mehr auf das pack ganz ehrlich das ist nicht mehr so der hit für mich ich habe jetzt das omni factory das hat ja schon sack schwere rezepte brauche ich eigentlich keine zwei mit sack schweren rezepten aber nicht zu traurig sein ich versuche es noch mal ein bisschen blödsinn zu machen in der letzten folge und ja dann gibt es was neues ganz easy dann gibt es einfach was neues ich will jetzt noch mal kurz ins end mal gucken wo den blöden drachen noch fertig kriegen ein paar leitern gebaut heiligst blechle der kann ich einfach durchfliegen der spinner der alte ich habe hier noch ein paar leitern gebaut weil wir haben ja noch so ein paar dinger zum kaputt machen das funktioniert immer nicht mehr haben wir schon festgestellt mit dem rumschießen hier guckt mal ender perlen der blöde drache der macht doch alle seine viecher auch kaputt oder sondern glättern wir mal da hoch hallo mr dragon aha muss ich erst mal abbauen ist die schon wieder so laut hier aber ein bisschen leiser machen aua 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 drachen du hupsi oh das ging aber schnell hier kill by ender dragon using magic so habe ich mir das nicht vorgestellt ha 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 kill man halt vielleicht doch nicht drachen das ging mir etwas zu schnell ich kann wahrscheinlich mein zeug wieder nicht mehr kriegen ist ja auch egal wie gesagt wir wollen ja eh aufhören genau und das andere ist ich habe dann oder was heißt ich habe ich will ja ich mache da neues projekt auf die pläne stehen schon ich habe es auch schon soweit vorbereitet da wird dann wahrscheinlich in der woche auch schon gleich die erste folge kommen da kannst du dich dann auf eine kleine überraschung freuen bei dem ganzen sage ich jetzt schon so aber ich sage auch nicht was die überraschung ist ne wäre ja langweilig sonst ist ja keine überraschung mehr guck mal da fliegt mein ganzes zeug spazieren hoho lupi 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 mal schnell die rüstung wieder angeschmissen mal gucken ob wir es denn noch hinkriegen oder nicht ich will meinen kopf wieder haben meinen helm besser gesagt wieso darf denn der das eigentlich warum darf dieser blöde ender drachen sowas tun wir wissen es nicht wir werden es nie erfahren ich schieße einfach mal auf ihn das ging aber schon wieder schnell der macht mich so schnell nieder das ist nicht schön wir probieren es nochmal hahaha yay ich würde ihn schon noch gerne erledigt haben aber ich glaube das können wir knicken ich glaube das können wir echt knicken lalala sei dass ich schon wieder der sack ich bin ganz friedlich alter der macht seine ja so überliebe ich es nicht mal lang hey hör mir auf kleines sackgesicht du na ehrlich da schau dir doch das an da eigentlich brauche ich nicht haben wir alles wir haben alles wir verzupfen uns nochmal kurz ein bisschen in sicherere gefilde der macht doch seine leute auch kaputt hier der ender drachen ist doch ein kleiner wo ist denn eigentlich jetzt mein loch da erst mal was essen so erst mal gucken ob wir noch alles haben zum anziehen wieder ja hammer gut sehr schön mal gucken ob wir das jetzt echt noch hinkriegen oder nicht man darf gespannt sein alter schwede ich verstehe nicht was der da macht ganz ehrlich ich verstehe nicht was er macht aber ich gehe hier einfach drauf ach das sind ja die endermans scheibengleister oh die sind der war hypnotisiert oder so ja ist das so mein schießen ist auch schon wieder durch ah nee nee ich glaube das lassen wir bleiben das mit dem ender drachen das wird so nie funktionieren nie im leben wird das so funktionieren ich hole nochmal mehr zeug nicht dass ich das noch brauche nachdem wir eh beenden na gut das nicht funktioniert das ist ziemlich schade aber mei was solls der eine enderman hat wirklich hypnotisiert ausgesehen oder ich will mein zeug trotzdem wieder haben gehen wir auf die seite hier knilch das kommt ja schon wieder angeflogen ich höre ihn doch ich gehe mal kurz und das war's das war's endgültig und tschüss Sikowski mein zeug kriege ich nicht mehr na das ist immer ein super ende haha gut dann war's das jetzt endgültig für die folge die ist ziemlich kurz geworden in sechs minuten wir gucken uns hier nochmal kurz um wir wundern nochmal kurz unser schloss das heißt wir gehen mal ganz kurz schlafen weil es gerade Nacht wird so jetzt bin ich mein zeug los worden das war so nicht geplant aber egal ja Wolperdinger 2000 fell out of the world haha gut also wie gesagt ich hatte eh keine lust mehr hier weil ich habe jetzt mit OmniFactory noch ein Pack was ja auch sackschwere Rezepte hat was mir aber deutlich mehr Spaß macht und deutlich mehr motiviert als jetzt dieses hier weil da finde ich es dann zum Teil sind die Rezepte dann doch schon übertrieben teuer einfach nur schau mal da hat es alles kaputt gemacht mit dem letzten Update Strom kriegen wir auch keinen mehr rein so richtig weil die Dinger hier nicht hinterher kommen auch alles sehr merkwürdig also das ME System ist sowieso auch so kurz vorm Abkacken die ganze Zeit weil einfach kein Strom mehr reinkommt auch das ist nervig obwohl ich beide Dinger schon auf Signal umgesetzt habe also die hier der Signal aber es kommt hier nichts mehr rüber schau dir da kommt so wenig rein von dem Zeug keine Ahnung ist auch egal genau also wie gesagt es gibt ein neues Projekt freu dich drauf es geht eins kann ich schon verraten also es ist natürlich wieder Minecraft ganz klar was anderes glaube ich wird hier auf dem Kanal auch nie mehr kommen da habe ich da schon wieder andere Ideen und lauter so ein Quatsch ich habe lauter Ideen im Kopf die alles Blödsinn sind aber egal ja da kommt ein neues Minecraft Projekt und es geht ein bisschen in die Vergangenheit so viel sage ich auch schon mal kannst du dir mal rumraten was ich denn meine außer du Anschein weil du weißt es schon die habe ich ja leider schon verraten einfach so weil ich es ja weil ich es dann doch wieder nicht bei mir behalten kann sowas also Anschein darf nicht mit raten alle anderen dürfen raten und ja dann lasse ich mich mal überraschen auf welche Ideen ihr so kommt und ja auf was was wir dann wirklich machen ich weiß es ich bereite es jetzt dann alles vor und dann gibt es dann doch schon in zwei Tagen die erste Folge die hier alles aufklärt was denn Neues passiert und was nicht Neues passiert und so genau übrigens noch eins eine Neter Quarry also eine Quarry meins nochmal anders ähm ich musste die Neter hier zurücksetzen weil ich doch den Turtle durch den Neter habe laufen lassen genau und das ist eine ziemlich blöde Idee weil da ist so viel flüssige Lava unterwegs gewesen dass die ähm der Neter so gepackt hat oder geleckt hat also da ging fast gar nichts mehr dass ohne Scheiß wenn wir kurz hier runter gehen und hier runter gehen dieser Eimer hier war leer der hier da kam nichts mehr es gab keine Lava es gab genug Lava aber die Pumpe hat nicht mehr gepumpt weil keine Ahnung also wie gesagt da musste ich die Neter zurücksetzen also nicht mit dem Turtle im Neter graben das bringt gar nichts das ist total bescheuert die Idee ist das sollte man nicht tun und andere Quarry haben wir nicht die das sauber macht also die die Bildkraft Quarry ist ja auch nicht für Neter geeignet und sowas genau und drum naja schau mal da ist aber auch schon wieder was kaputt irgendeiner macht hier auch alles kaputt bei mir oben dieses Dach ist auch total kaputt und hier geht alles kaputt es wird Zeit dass wir diesen Surfer einfach schließen und verlassen und was Neues machen Autsch ich wollte nur mal beim Anstehen aufs Dach nochmal hüpfen da schau ach schau dir das an was da Löcher drin sind das ist doch das ist doch echt nicht wahr und das hier ist eigentlich auch nicht wahr also irgendwas hat es da zerschossen und irgendjemand ja keine Ahnung auf jeden Fall ist das hier ziemlich ziemlich löchrig alles geworden da auch schau deswegen bin ich eigentlich rauf gekommen weil ich es gesehen habe ja gut gut also ja dann war das eine relativ kurze Folge das mit dem Endertrecken hat es nicht funktioniert sorry hätte ich mal denken können dass es nicht funktioniert ist ja auch egal diese Welt wir gucken noch ein letztes Mal drüber war ja auch ganz nett so ist es ja nicht aber irgendwann muss es ein Ende haben wie gesagt da ist einfach die Motivation nicht mehr da für das Ding und weil ja auch die Rezepte zum Teil so sackschwer sind und da macht mir das mit OmniFactory viel mehr Spaß als hier und deswegen gibt es ein entspanntes Minecraft da fehlt da auch was da oben am Dach ein entspannteres Minecraft Projekt und genau was es ist wie gesagt back to the roots ein bisschen very back to the roots sagen wir es mal so und mehr wird nicht mehr verraten da kannst du dir mal überlegen was es ist und die Auflösung wird noch diese Folge äh diese Folge diese Woche folgen schätze ich mal glaube ich ich hoffe es mal gucken wie ich es hinbringe und dann ja sehen wir uns im nächsten Minecraft Projekt wieder und natürlich auch in OmniFactory ja und bis dahin bleibt mir nichts anderes übrig als dir einen schönen Tag zu wünschen eine schöne Zeit und wir sehen uns wieder bis dahin machts gut gell ciao ciao und servus